yo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video und ja leute im heutigen video möchte euch mal einen einfachen trick zeigen wie ihr keine cops mehr in open lobby bekommt das auf jeden fall perfekt für alle zwei hat er unter euch da ihr ja wie gesagt keine cops mehr bekommt ihr könnt zwar durch andere spieler sterben aber wenn ich sterbe dann seid ihr trotzdem immer noch im glitsch drin was braucht ihr dafür braucht auf jeden fall eine autowerkstatt und dann halt ein kundenfahrzeug was ihr ausliefern könnt ja wie gesagt dann begebt euch einfach zur autowerkstatt hin und dann müsst ihr das auto einmal dann modifizieren so habt ihr das fahrzeug dann fertig modifiziert dann geht einfach auf fahrzeug auf fahrzeug liefern wartet bis ihr gespawnt seid und dann begibt euch einfach zum gelben kreis auf der map so seid ihr nun am gelben kreis angekommen dann schnappt euch eine granate nun gibt es einen ganz kleinen timing part aber ist nichts schweres ja ihr müsst die granate einmal werfen wirft ihr ihr müsst die granate einmal genau in den gelben kreis rein werfen wartet dort zwei sekunden und dann fahrt ihr in die in den gelben kreis rein so und falls ihr dann jetzt sterben solltet wie es beim jetzt der fall ist auf jeden fall nicht schlimm denn ab jetzt seid ihr sozusagen verglitscht und ihr bekommt jetzt keine polizei mehr ist auf jeden fall perfekt und ein heißer glitsch und ja das war es auf jeden fall schon mit dem kleinen aber feinen video leute ich hoffe es hat euch gefallen wenn es ihnen so sein sollte wird es mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein like da lassen würdet und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao ciao